schon wieder hier drunter die ist nicht so weit unten oder? doch die ist auch unten aber ich glaube ich muss sowieso runter so tief wollte ich eigentlich nicht da ist noch weiter drunter ok hallo ich mal eben laut das ist mir alles viel zu dunkel mach doch mal das licht an hier mach doch keinen spaß am dunkeln wann wird es denn mal wieder hell ich muss mal hier nochmal runter da drin ok so da haben wir Hirnhandtaschen haben wir dann mal durch nächster geocache unter der Brücke gern versteckt so ach ne wir sind Schalldämpfer was für ein Schalldämpfer was waren das ok was habe ich das ist dann erstmal der letzte geocache da spring ich aber rüber mit einer Notiz drin na was steht da drauf was für eine Notiz was für eine Notiz wünsche ich einen Glückwunsch keine Ahnung keine Ahnung ja jetzt suche ich mir hier irgendwie eins mit Lager hier gibt es eins das Grab habe ich natürlich auch schon wozu denn sammle ich das eigentlich ein das brauche ich doch gar nicht mehr irgendwie ich glaube dein Kollege hat irgendwelche Probleme können das sein stimmt du brauchst Hilfe ah jetzt brauchst du dann keine Hilfe mehr jetzt hast du es hinter dir jetzt hält sie sich da noch fest spossisch da oben ist noch ein Lager ok nun wie komme ich da rüber nun wie komme ich da rüber und das andere Lager ist so ja er ist ganz da dann nehmen wir doch lieber das mal in den Dreckstammel oh er war doch nicht so tief wie ich dachte ist das andere vielleicht doch einfach das ist nur das Tageslager ich brauche mal in den Dreckstammel ich brauche mal in den Schnellneisenager ich brauche mal in den Schnellneisenager wir wollen halt hier nochmal durch äh ja hier komme ich doch nicht oder da Mir gefällt diese Dämmerstimmung nicht, diese Nachtstimmung. Gefällt mir nicht. Ich hab's viel lieber, wenn's hell ist. Ich glaub, ich bin doch lieber das da. Das ist irgendwie einfacher zu erreichen. Hoffe ich doch mal. Oh. So groß. Wir schießen doch schon. Jetzt quäl den nicht so. Lara. Du kleine Sadistin. Kannst du den nicht einfach in den Kopf schießen? Dann kommt der noch mal mehr. Da hat doch keiner bestellt. Ah, nehm' meinen schnellen Reisenlager. Pump! Schnelle Reise. Ok. Äh. Wieso bin ich jetzt hier schon wieder? Da 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 eher ein schalldämpfer fehlt ich weiß nicht mal was das war 6 6 5 5 7 7 15 15 2 2 3 4 das gehört noch dazu 2 2 3 3 ein reliquier fehlt was war feuer teufel ach komm die reliquie holen wir uns auch noch das sind diese geothermalen tavernen ok die reliquier scheint gleich hier zu sein wie konnte ich die nur übersehen danke für den geschichtsunterricht was sagt sonst die karte 2 2 3 3 3 5 5 1 1 4 von 6 feuer teufel irgendwas musste ich anzünden ich weiß auch nicht mehr was das war das finde ich jetzt auch nicht so wichtig jetzt haben wir schon 2 fähigkeitspunkte so lager dokumente 3 3 2 2 3 3 5 5 1 1 ich könnte noch zwei pilze sammeln aber ich laufe da da nicht im wald drücke ständig die 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 magic view tasten und guck auf da ist noch ein pilz 4 4 4 4 6 6 15 15 2 2 3 5 ja die hügelgräber die sind aber gut versteckt also auch nicht 1 1 1 3 3 1 da fehlt noch eine reliquie das können wir so nicht lassen und sonnenkiller aber die reliquie müssen wir noch holen ihr habt sicher schon gemerkt die ladesqueens die schneide ich euch immer gleich aus beziehungsweise nimmt die gar nicht erst auf ja da haben wir diese reliquie die wir noch holen wollen die ist die sind zumindest alle reliquien und geocaches habe und dokumente schau mal da ist er ja das war das große 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 fragezeichen wie komme ich da hin das war das große ich dachte ich komme hier irgendwie ich bin ja auch ganz nah dran also wenn ich von hier dann vielleicht doch vom lager und hier von der seite oder von oben irgendwo ja dann kommt man jetzt hier die reliquie ist dann komm ich ich kann nicht das bringt ja nichts warum ist denn hier so eine äh eine mauer überhaupt kann ich das abfackeln und kommen dann vielleicht dran oder abschießen schiere brutale gewalt bringt mich zu zielen hat mich meiner umgebracht das die umfangreichen verzierung deuten auf die kaiserliche familie hin hübsch hübsch a pickelhaube auf japanisch das ding muss doch echt schwer sein ich meine da machen so eine verzierung drauf den pickel ok da wiegt nicht viel aber diese diese ich sag mal flügel an der seite die sind ja auch immer noch massiv 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 1 5 den sonnenkiller das waren irgendwie so ganz kleine unauffällige medaillons super schwer zu entdecken kann überall drin hängen ach das lager war das nicht da nur das lager oder war das hier das lager das lager ich darf erstmal hier hoch Ich habe hier noch einen Schlag. so schnelle reise jetzt alles bis auf sonnkiller 22 33 33 11 100 prozent und schreien in der schlucht 100 prozent ja einige passage damit habe ich ja soweit alles ich kann mal gucken dokumente 100 prozent alte schriftrollen 100 prozent offiziere der endurance es fehlt noch ein laras tagebuch das unentdeckt das licht jedoch eigentlich selbstständig vor na vielleicht wenn ich den endgegner dann irgendwann mal erreicht habe 100 prozent gesteignisse eines solari 100 prozent tagebücher eines wahnsinnigen 100 prozent informationen aus kriegszeiten 100 prozent kruder endurance 100 prozent geocache geheimnisse das war's auftrag retten sie sam for matthias tja ich würde sagen dann haben wir mal rein den rest haben wir durchgespielt nach diesem lage schnelle reise für lara nicht mehr möglich ok doch doch ich bin die richtige richtung ja ja es gibt es keine helden Ein guter Preis für die Freiheit, die ich finde. Ein guter Preis für die Freiheit. Ein Stück, jetzt. Ich kriege ja die Tür hier auf, irgendwie mit... Ich würde drauf schießen, glaube ich nicht. Ich meine, vielleicht komme ich hier nochmal weiter. Ich würde drauf schießen, glaube ich. Ich würde drauf schießen, glaube ich.